Naja, es ist ja dieses Jahr noch einmalig, das erste Mal in diesem Winter, dass es überhaupt geht. Und heute ist ja ein prachtvolles Wetter mit diesem Raureif, dem blauen Himmel, ganz toll. Das ist halt nur eine schmale Bahn von drei Meter. Es ist schön lang, die drei Kilometer merkt man dann doch hin und zurück, glaube ich, sechs wahrscheinlich. Naja, aber Hauptsache, es geht schon mal wieder und die Gefahr, dass morgen schon vorbei ist, ist ja doch groß. Ja, super, aber auch gewisse Trauer, weil möglicherweise sind diese Tage die einzigen, die wir noch haben und in Zukunft wird es die ganze Winterzeit gar nicht mehr geben, wegen des Klimawandels. Traumhaft, also das ist wirklich traumhafte Kulisse und so soll Schlittschuhlaufen sein. Also ich bin begeistert. Mal gucken, wie das Eis ist, das weiß ich noch nicht. Also Schlittschuhlaufen hier auf der Semkenfahrt oder draußen ist natürlich Naturerleben, Wintersport, also das finde ich schon toll. In so einer Eishalle, das ist immer so ein bisschen wie im Kittchen in der Runde und hier, das ist also das richtige Schlittschuhlaufen, würde ich mal sagen. Und Schlittschuhlaufen auf dem Wiesen ist einfach bremisch, wahrscheinlich ganz norddeutsch oder auch Holländer haben das ja auch. Also das ist einfach, gehört hier dazu.